Untertitelung des ZDF, 2020 Ja? Pass auf, ich wollte dich fragen, wann du nach Hause kommst. Ich habe so schön gekocht, weißt du? Dieses indische Gericht, was du gern magst mit dem Reis. Du, ich muss die Abrechnung bis zum Wochenende fertig haben. Ich kann das nicht... nicht rausschieben. Ich wusste ja jetzt auch nicht, dass du kochst. Hm. Puh! Scheiße. Hasst du eine Ahnung, so wie im Moment weiterhin soll? Ich glaube, meine Frau überdrückt mich. Birgit, wo willst du denn hin? Schnell mal, komm her, jetzt klär das auf, das stimmt doch nicht, oder? Ich war feige, ich geb's zu. Aber ich meine, da hängt ja auch was dran, oder? Suchst du denn eine neue? Mit der du deine Frau betrückst? Nee, ich glaub erstmal nicht. Ja, ich glaub erstmal nicht.